Jo Jo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge FF7 Rebo Sehe ich etwa aus wie ein einfaches Haustier Sagst du wie du gerade verkackt? Vergessen, aufzunehmen FF7 Rebo Steht mir gar nicht schlecht, oder? Fast wie ein richtiger Seebär Der Schalter ist frei Dann mal los Fred? Mach dir los Brauchst du nur mitmachen oder nicht? Wieso wird dir nicht gleich gesagt, dass das Turnier nur für Menschen ist Unerhört Wünschen sie am Blut der Königin Turnier teilzunehmen? Wünschen sie am Blut der Königin Turnier teilzunehmen? Wünschen sie am Blut der Königin Turnier teilzunehmen? Dazu schau ich um Schafio, ging es aus Wären sie dann so gut mir ihren Namen zu verraten? Cloud Strife Oh Herr Strife, wunderbar Ich habe hier nämlich eine Nachricht für Sie Für mich? Ja, dürfte ich sie ihm vorlesen? Wünschen sie am Blut der Königin Turnier aufbaut Es freut mich, dass du deine Reise mit Blut erkommst Shinra 8 Das ist sowas wie Antich ein großes Reisenspiel Weiter so mein Freund Gib dich ganz dem Bildrausch hin Genau Gezeichnet ein freundliches Phantom Junge, Junge Eine leidenschaftliche Nachricht, nicht wahr? Ist das ein Fan von ihm? Gut, dann sind sie hiermit angemeldet Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Turnier Vorrang auf für uns allseits beliebtes Blut der Königin Turnier Giga Oh ja, guckt ihn euch an Das ist ein echter Pornostarter der 70er Jahre, Mann Mh Mh Nice Chance So, mal sehen Ob ich alle Gegner mache? Siegertrophäe zu sichern Als ihr Kapitän lasse ich es mir natürlich nicht nehmen Sie durch das Spannung der Geschehen zu begleiten Nun, viel Spaß Drei Videos machen oder so Also je nachdem Blut der Königin Turnier Du hast dich für das Blut der Königin Turnier angemeldet Behauptet dich in 5 Runden gegen deine Kontrainerin Um als Sieger hervorzugehen Gängst du eine Portie steigst du in die nächste Runde Verliert bin entgegen Kannst du noch einmal gegen denselben Ort und gegen einen anderen Gegner antreten An der Rezeption links kannst du Karten kaufen Lüge An der Rezeption rechts kannst du dich beim Turnier zurückziehen Die Regeln für Blut der Königin findest du im Hauptmenü unter Kartendecks Deine Entscheidung während des Turniers Haben keine Angriffs auf dein Kartorea-Aro-Wang Der Weg an die Spitze ist beschwerlich Er will Schritt für Schritt begangen werden So Herzlich Willkommen Auf der Suche nach Karten Und wenn der hat keine Was ist das? Bist du? Schauen wir einmal wie sich die Einzelne Einzelne Hat nämlich gerne Hier Barrett Hallo Achso Der wird sich gerade Der spielt Glitchat Nee Ein So Jetzt machen wir es einfach wie vor uns Da schön Wir sind Ober-Sprecher bekannt Aber dieses Mal Warte mal Ok Ok Also wir werden in jeder Runde Alle Gegner besiegen Die Süge binne in der Weltlande Oh Iris gegen Kiefer Ok Das hat uns übrigens in den wichtigen Liegen Oh Sei mir gegrüßt Menschlicher Spieler Ich habe die Ehre Dein lichter Gegner zu sein Ich soll gegen einen Roboter antreten Das ist komplett Meine Modellbezeichnung lautet Twice 3.0 Deine Duell stärker Weist einen überdurchschnittlich hohen Wert auf Meine was? Dem Prognose zufolge Werde jedoch ich Das Kartenspiel in Zukunft dominieren Auch wenn meine aktuelle Siegzahl Noch Null beträgt Doch das wird sich heute ändern Unser Duell wird meine Überlegenheit demonstrieren Ha? Initialisieren BDK-Protokoll Initialisieren BDK-Protokoll Initialisieren BDK-Protokoll Gut Dann mal los Gut Dann mal los Ja das ist Fallhoops natürlich Ja Level 1 ne Vor allem Alte BDK-Champions ne Brillant Man kann vor Cloud Schafsinn nur den Hut ziehen Meinen Trumpf hebe ich mir auf Bereit Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel Also verständlich Achtung Achtung Mönliche E-Funktion Weiss scheint ein wenig in Panik verfallen zu sein Ich schalte nicht zurück Aaaaaaah Du D-K Du D-K Du D-K Du D-K Du D-K Du D-K Sehr gut So kann es weitergehen Bei uns gibt es das ganze ein bisschen anderes hier aber Ich mach' ihn kaputt auf dem Motor und Und dann halt Da sieht es mir sicher Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel Achtung Achtung Mönliche E-Funktion Weiss steht anscheinend kurz vor einem Schaltkreis Exitus Ich halte dich nicht zurück Cloud lässt sein Gegner nicht zu Ruhe kommen Nööö Das könnte funktionieren Das könnte funktionieren Das.. Oder Jajajajajj D-K es scheint mit seinem programm-code am ende zu sein Der Sieg ist mir sicher Traumkämpfer, warmungslos und mit allen Mitteln Wie ein Wolf auf der Jagd Sieht gut für mich aus Was steht anscheinend kurz vor einem Schaltkreis, Exitus Das war's, Weiss Scheiß auf, Weiss Energie, ja oder nein? Ich hab meinen Schönen, ja Nein, 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 ich weiß ja, ich weiß nämlich, dass dann die Runde zu Ende ist Ich will die Arme schauen Ah, jetzt kommt er hier hoch Geiler, geiler Geiler Ich kann doch nicht Ah, okay, krass Gerade Na ja, dann müssen wir uns jetzt melden Die erste Runde haben Sie ja mit Bravour gemeistert, Herr Strife Herzlichen Glückwunsch Auch für die zweite Runde Toi, toi, toi Die erste Runde ist hier mit beendet Auch in der zweiten Runde bleibt es spannend, meine Damen und Herren Es scheint, als würde Cloud seine nächsten Gegner suchen Auf wen wird seine Wahl wohl fallen Sooo Für Kiel hat mich der Barret Und unten sind Tifa Und die Arme Und die Arme Und die Arme Auf jeden Fall Zuvor sagte ich gegen Kiebra, wo ich Ende schon echt auch gegen Bälle Ich bin mal sehen wie das Spiel ich verspreise ich doch zum frühstück salz und pfeffer stehen schon bereit ich habe es werden wir uns mal sehen Barretz Barretz-Jama Ich halte mich nicht zurück Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht Also schnall dich schön an Die Partie scheint sich zu Barretz-Gunsten zu wenden Nein Tut mir leid Ha, wenn's sprenzlig wird, lauf ich doch erst zur Höchstform auf Meinster Ich werde Druck machen, dass die Hören und Sehen vergeht Also schnall dich schön an Barretz scheint vor gut bereits zu kochen Darum das wohl gut geht Ich halte mich nicht zurück Cloud kämpft erwarmungslos und mit allen Mitteln Wie ein Wolf auf der Jagd Oh, ich kann ihn jetzt so ganz schnell machen, oder? Das wird ein paar Party, die du dich noch lange erinnern wirst Sieht gut für mich aus Ne, sieht's nicht Jetzt wird zurückgeschlagen, aber sowas von Barretz scheint vor gut bereits zu kochen Na, ob das wohl gut geht Aber wieso habe ich meine Päler selber blockiert? Bin ich doof? Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht Also schnall dich schön an Lähnchen Drück deinem Papa die Daumen Das wird schon nicht selber gespricht Das wird schon mal, die du dich noch lange erinnern wirst Das wird schon mal, die du dich noch lange erinnern wirst Wie findest du das Karten gehen? Wie findest du das Karten gehen? Geil, mir macht Spaß Ich kacke zwar gerade wegen Barretz ab, aber Weil ich einfach dumm gespielt habe, aber an sich ist es geil Und du? Also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Abwechslung Oh, das Braucht mal alles zu Richtig geil, du wirst am Ende gleich lachen Von Tuna Los Also gut, zieh dich warm an Du bist natürlich schon am Ende von Tuna Wenn ich an Bereit Brillant Du kannst nur den Hut ziehen Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst Meinen Trumpf hebe ich mir auf Fast Runde 4 Ja Der Sieg ist mir sicher Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Wange Ich werd Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht Also schnall dich schön an Jetzt kommt es drauf an Ich halt mich nicht zurück Was für ein genialer Zug von Cloud Wahrhaft eines Meisters für dich Barret macht ein zerknirschtes Gesicht Aber ob ihm das helfen wird? Dann Ich hab dich mit dir Oh, neule gut das nice 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 das wird eine schlappe an die du dich noch lange erinnern was ich weiß wie so blöken der hund abo alles jahre neine ich halte mich nicht zurück jetzt wird zurückgeschlagen aber sowas von so wird das nichts es würde als wäre ich bin doch schon wieder am Arsch man einmal dann tue ich mir einmal ich muss ihn direkt zubauen Gut, dann mal los. Also gut, zieh dir Spam an. Oh, blöd Ruh. Man kann vor Cloud Schafsinn nur den Hut ziehen. Das wird ne Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Stopp. Let's do that. I love you. I love you. Ah, das ist eigentlich guter, ne? Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Wange. Sehr gut, so kann es weitergehen. Ich halte mich nicht. Aber mal. ich werde druck machen dass die hören und sehen vergeht also schnall dich schön im spiel wäre ein multiplayer modus geil ich werde laufe ich doch erst der höchstwarm auf so wollen wir das noch zeigen ja das macht in der mutter umbaue ich dann teil Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Er scheint vor gut bereits zu kochen. Darum das wohl gut geht. Lähnchen, drück deinem Papa die Daumen. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schneide ich schön an. Das könnte funktionieren. Sieben und Neune oder? Wohin könnte da sich aufbauen wollen? Ich müsste laut Punkten trotzdem gewandern. Ich würde jetzt echt zugehören draußen noch gegen FIFA. Das ist halt ein Cloud-Tratout. Gut gemacht. Ich hoffe, sie kommen auch nach Runde 3 mit einem Sieg in der Tasche wieder zurück. Das Ende der zweiten Runde ist eingeläutet. Das Turnier nähert sich langsam seinem Höhepunkt. Ja, Freunde. Die nächsten zwei Runden sind ja beim nächsten Video, weil für die Folge haben wir es schon wieder. Bis zum nächsten Video. Peace, peace.